Musik Seinen 125. Geburtstag feiert das Kunsthistorische Museum mit einer opulenten Jubiläumsausstellung zur europäischen Festkultur. Schätze und Extravaganzen aus den Kunst- und Wunderkammern lassen die exquisite Prachtentfaltung höfischer Feste wieder aufleben. Präsentiert werden Festrequisiten, kostbare Schaustücke und stimmungsvolle Bilder von den Festen vergangener Jahrhunderte. Höfische Prachtentfaltung und Raffinesse einerseits, sowie das bunte, ausgelassene Feiern auf Volksfesten und dem Karneval andererseits versprechen ein wahres Fest für die Augen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020